Komm her! Komm her! Ihr... Sieht aus, als würdet ihr euch mit Waffen auskennen! Ihr solltet etwas kaufen! Der Champion von Kirkwall hat angeblich... ...und den Stuhl. Ihr... Ihr seid hier! Gut, ich... wollte mit euch sprechen. Ah, ihr seid noch hier! Wie schön, dass es in dieser sich ständig verändernden Welt zumindest eine Konstante gibt. Was? Wenn ihr jetzt anfangt, mich euren Fels oder euer Fundament zu nennen, schlage ich euch ins Gesicht. Aber egal. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Das spart mir die Mühe, nach euch zu suchen. Ich... wollte euch für alles danken, was ihr für mich getan habt. Ich bin froh, dass ihr vor all diesen Jahren hier hereinspaziert seid. Ihr wart mir eine gute Freundin und ein beständiger Quell der Aufregung. Oh, ihr wisst wirklich, wie man einem Mädchen schmeichelt. Jetzt, wo ich mein Schiff habe, brauche ich auch eine neue Mannschaft. Und ich hätte gerne jemanden wie euch an Bord. Jemanden, dem ich wirklich vertrauen kann, die zu mir steht, was auch passiert. Wir erkunden die Welt und lassen all das hier hinter uns? Ich bin dabei. Haha, nur wir beide und das Meer. Oh, und ein paar Dutzend helfende Hände, auch wenn sie unwichtig sind. In Nomaren gibt es ein Sprichwort, dass eine wahre Freundin so beständig ist wie der Nordstern. Bis heute habe ich nie besonders viel darauf gegeben. Kommandantin Meriden. Kommandantin Meriden. P INTERPRETAX Das war's für heute. 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 Das war's für heute.